Das haben wir uns auch vorgenommen, haben wir gut umgesetzt, glaube ich, mit dem Ergebnis können wir erstmal zufrieden sein, glaube ich. Wichtig war, dass wir auch die engen Geschichten für uns entschieden haben. Quiz-Elfer, los geht's. Guck mal, das ist doch schon eingespielt, ey. Frage Nummer eins, wie viele glattrote Karten sah Philipp Bargfrede in seinen 199 Bundesligaspielen für Werder Bremen? Glattrot. Hast bestimmt schon mal gesehen, ne? Oder nicht? Ja. Muss man ja drin haben. Dann sag ich mal zwei. Zwei ist doch noch relativ positiv, oder? Also eine habe ich. Ich wollte erst eine. Ich habe so viele, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, eigentlich habe ich den Ball gespielt. Aber die Szene habe ich, glaube ich, auch noch verhauen. Ja. Aber dann, keine andere. Also das war Maximum, gell. Aber keine andere mehr. Da habe ich ja mehr, glaube ich. Für welchen Verein erzielte Finn Bartels sein erstes Bundesligator? Rostock, Hansa oder Pauli? Darf er mir helfen, wie viele Spiele er für Rostock gemacht hat? Ich glaube 19 Bundesligaspiele. Da wird er auf jeden Fall getroffen haben. Ja, dann für Hansa Rostock. Ja, gut so, Bargy. Wie vervollständigte Philipp Bartrede im Werder-Magazin vor seiner ersten Bundesliga-Saison den Satz, als Kind wollte ich so sein wie Hansi. Das muss man wissen, das kann man gar nicht wissen. Ich weiß es selber nicht mehr. Berti Vogts. Berti Vogts, Alter, was ist mit dir? Ich weiß es nicht. Sag. Ja, ich habe es gerade gesagt, ich weiß es auch nicht. Er weiß es selber nicht. Wie soll ich das denn wissen? Das ist zehn Jahre her. Ja, aber was sind das für Fragen? Da kann man gar keine Punkte sammeln. Ich spiel nicht mehr. Wo ist denn das, die Frage? Ach ja. Zinedine Zidane. Fehlt aber einiges, ne? Wer war U21-Bundestrainer, als Finn Bartels sein einziges U-Länderspiel gegen Dänemark bestritt? Das weiß ich doch. Das war die, der eilt. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. Gut. Welches Stadion ist das? Ist das Leverkusen? Da ist nicht so viel Wald, ne? Ist das ein Bundesliga-Stadion? Ja. Wer spielt da? Sag mal, welches sieht denn so aus? Oder ist das die alte Försterei? Ist das nicht der Wald dahinter auch? Warte mal, alte Försterei? Alte Försterei kann es sehr gut angehen. Sehr gut angehen. Weil du fährst hier auf den Parkplatz. Wo ziehst du? Ja, ist das so klein? Ja, also ich würde es nicht so schlecht finden. Kann das sein? Kann sein. Nach Berlin. Union Berlin? Richtig. Stark, Buggy. In welchem Jahr gewann Werder Bremen den Europapokal der Pokalsieger? Sag, Buggy, wann war das nochmal? 92? Stark, Buggy. Wer fehlt? Hier, unser Kapitän. Ne? Das ist, oder? Ist das Niklas? Oder ist das Basti? Ne, Niklas. Ne, Niklas. Niklas. Ne? Niklas Morgander. Achso, hier. Das ist grafisch. Ah, alles klar. Frage Nummer 8. Welcher aktuelle spanische National- und Real Madrid-Spieler stammt aus Palma de Mallorca? Isco. Ist der? Aus Mallorca? Isco. Also auf jeden Fall ist er Spanier und spielt bei Real Madrid. Wer ist denn sonst so Spanier? So viel Spanier haben die auch nicht. Asensio haben wir es nicht. Asensio? Asensio. Asensio oder Isco. Einer von beiden. Oh, Asensio kann nicht sein. Ah, 50-50. Joker. Komm, du entscheidest. Nein, ich entscheide nicht. Doch, ich habe jetzt zwei Vorschläge. Wie kommst du auf Isco? Das habe ich noch nie gehört. Ich hätte jetzt... Dann mache ich Asensio. Asensio. Das ist richtig. Wahnsinn. Wagi, ey. Ich dachte, du kennst dich nicht aus am Fußball. Oh, welches Stadion ist das? Das ist doch auch wieder in Berlin, oder nicht? Das war München, oder nicht? Nein, so? Ist das das Schlauchboot, denkst du? Aber München, ist das so dicht an... Hier ist noch die Autobahn. Also ich sage München. Okay. Warte, 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 warte. Was haben wir denn noch für eine Alternative? Ich hätte jetzt von der Form nur noch Dings gedacht, aber das ist auch ganz anders. Olympiastadion ist ja offen auf der Einseite. Ja, Olympiastadion ist auch nicht so an Augen. Nein, nein, nein. Ah, München. München, fertig. Pops. Würde es euch helfen, wenn ich euch sage, das ist nicht in Deutschland? Nicht in Deutschland? Ja, sag das doch. Ja, alles klar, Mann. Ey, was ist das denn? Ey, wir sind ja gar nicht in Deutschland. Ja, Mallorca ist es trotzdem nicht. Barcelona ist offen auch. Welches ist denn zu? Da muss Real Madrid dann sein. Real Madrid. Oder Atletico Madrid. Die haben ja Neues gebaut. Ja, dann mach Atletico. Das ist neu. Valencia. Ne, Villarreal. 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 Valencia, Villarreal. Warte mal kurz. Das ist die Antwort. Villarreal. 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 Ja, also. Nennt in elf Sekunden alle spanischen Erstligisten der Saison 2019-20. Und los. Espanol, Barcelona, FC Barcelona. Granada, Las Palmas. Real Madrid. Valencia. Atletico Madrid. Villarreal. 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 Mallorca. Legan. Ich hätte eigentlich noch mehr erwartet bei uns. Ja, aber Sevilla und so. Ja. Aber so ganz schnell, da hätte man überlegen müssen. Ja. Das haben wir uns auch vorgenommen. Genau. Haben wir gut umgesetzt, glaube ich. Mit dem Ergebnis können wir erstmal zufrieden sein. Und ich glaube, wichtig war, dass wir auch die engen Geschichten für uns entschieden haben. So, guck mal. Ein bisschen heiser. Ja, ich habe eh Halsschmerzen. Komm, mach. Ich kann das nicht. Guckt hier. Noch mehr. Vom Quiz. Zack. Sehr gut. Nein, warte. Wenn ihr euch auch die anderen angucken wollt, die es nicht halb so gut wie wir gemacht haben, dann klickt hier. Und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Danke. Vielen Dank. Danke. Danke.